Ich möchte euch heute zeigen, wie man eine manuelle Lymphdrainage macht und zeige euch mal, wie das dann ganz konkret aussieht, wie schwere Beine aussehen, wie angestaute Energie durch Dysfunktion der Muskulatur und des Bindegebetes, was dann natürlich schwach wird und was dann sich so verdichtet, verknotet, verknotet, verlottert. Ihr müsst euch das Bindegewebe vorstellen, wie lange Haare, das ist ein Fasziennetz, das umgibt unseren Körper von außen und unsere Organe von innen, hält uns in Form und hält die Organe da, wo sie sein sollen. Und wenn das Bindegewebe jetzt, weil die Muskulatur atrophiert und nicht mehr arbeiten kann, durch Bewegungsmangel, durch einseitige Bewegung, zu wenig Bewegung, der Energiestau nicht ausgeleitet wird, weil nicht mehr gedehnt wird, weil wir unseren Körper eben nicht mehr so wertschätzen und auch nicht mehr wahrnehmen, keinen Bezug mehr zu haben und das dann eben nicht für nötig halten. Zudem noch ungeeignete Schuhe tragen, die die Zähne dann wirklich einklemmen und zu klein sind. Das ist ein anderes Thema, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. So, hier möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie das aussieht, wie dann die Kraft. So, hier sehen wir jetzt wunderschön. Ja, hier haben wir einen Hallos Valkus, das zeigt schon, dass die Füße eben nicht so im geeigneten Schuhen sind. Zusätzlich kommt noch durch die viele Büroarbeit, wir sind ja inzwischen eine digitale, hochtechnologisierte Gesellschaft, der Körper und die Arbeit oder das Training mit unserem Körper wird ja völlig überbewertet und so entsteht dann eben durch schwaches Bindegewebe, wenn hier die Nervenzellen nicht mehr weiterleiten können und hier alles dann stillgelegt wird und das Gewebe eben immer schwacher wird, weil die Muskulatur pumpt ja nicht mehr und hat eben dann zur Folge, dass das Bindegewebe immer schwächer wird, sich immer mehr verdichtet, immer mehr Energie da reinschießt und hier schön links an der Herzseite sehen wir schon, ja, wie viel Wasser da jetzt in den Körper eingelagert wird, denn wir haben ja ein ganz intelligentes Körpersystem. Ja, das will ja jetzt, indem das Wasser da reinschießt, ein bisschen Platz in dem Bindegewebe schaffen, damit eben noch Platz für Venen ist, für unser Blutgefäßsystem. Weil das sind ja nachher die Besenreißer und daraus resultieren ja nachher die Krampfadern. Wenn da kein Platz mehr ist, weil das sich so verdichtet, dann werden also die Benen immer mehr nach oben an die Oberschbleche geschafft. Wir sind jetzt von der Vorderen und von der Rückseite so weit durch manuell und jetzt zeige ich euch, wie das mit der manuellen Lymphdrainage geht. Wir wollen das Gewebewasser, der Körper hat ja nun Flüssigkeit reingeschossen, damit sich das verdichtete Gewebe, weil da so ein Energiestau drin ist, ein bisschen auflockert, damit eben für das Blutgefäßsystem wieder ein bisschen Platz ist. Und wir wollen jetzt diesen Gewebestall lösen und gehen vor Fuß immer abwärts bis zur Lymphie. Die Lymphie ist einmal hier in der Kniekehle und dann gibt es die nächste wieder im Leistenbereich. Bei den Armen ist es dann der Achselbereich. So, wir gehen jetzt einmal hier und streichen aus. Wir streichen so aus, dass wir mit Kompressur immer nach oben hin in schiebenden, gleitenden, drückenden Bewegungen nach oben hin arbeiten. Wir fangen immer am Fuß oben an und jetzt gehen wir in den schiebenden, drückenden Bewegungen am Bein entlang zur Kniekehle, streichen die Kniekehle aus. Ja, wenn das die Kniekehle ist, dann gehen wir in die Kniekehle rein und geben auch wieder Druck von unten immer nach oben ausstreichend. Und umfassen dann den Oberschenkel und geben auch wieder Kompression nach oben hin verlaufend bis zur Lymphe. Jetzt nehmen wir das Bein mal hoch und du kannst das Bein anwinkeln und fängst mit beiden Händen, von dir aus gesehen, oben an und streichst jetzt zu dir schön am Unterschenkel aus. Gehst dann hier mit beiden Händen in die Kniekehle rein, umfasst den Oberschenkel und gehst auch hier schön zur Lymphen hin aus. Versuch es mal. Ja, sehr schön, genau. Genau, gar nicht so lang gezogen, kurze, schiebend drückende Bewegungen. Jawohl, sehr schön, genau. So, und dann fühlt sich das an, wenn wir das zwei-, dreimal schon gemacht haben, gell, als wäre so kalter Pfefferminztee, der so runterläuft, gell, das ist ein angenehmes Gefühl. Das macht ihr mit beiden Beinen. Darfst du das wieder runternehmen? Entschuldigung. Drei Stunden später. Drei Stunden später. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020